Willkommen in der Welt der Trading-Psychologie. Dies ist der ultimative Mindset-Podcast für Trader. In jeder Folge tauchen wir in die mentale Welt des Tradings ein und ich zeige dir, wie du deine Emotionen, Disziplin und Entscheidungsfindung an der Börse positiv beeinflussen kannst. Bereit, dein Trading auf das nächste Level zu heben? Dann lass uns gemeinsam die Macht des Mindsets erkunden und lernen, wie du die psychologischen Herausforderungen des Tradings ganz einfach meisterfst. Den ersten Step kannst du mit der kostenfreien Trading-Mindset-Challenge auf meiner Website mindset-trader.de machen. Mein Name ist Marta Radovcic und in dieser Folge geht es um die emotionale Selbstbeherrschung im Rahmen des Risikomanagements im Trading. Etwas, das wirklich sehr, sehr vielen Tradern super schwerfällt. Also lass uns keine Zeit verlieren, abonnier den Podcast, um nichts mehr zu verpassen und jetzt würde ich sagen, ab geht's in die neue Folge. Tja, wie wichtig Risikomanagement im Trading ist, durfte ich tatsächlich direkt zu Beginn meiner Trading-Karriere vor ungefähr 10 Jahren relativ schnell und auch relativ schmerzhaft selber lernen. Getrieben von meinen Emotionen und vor allem der Gier, relativ schnell reich werden zu wollen an der Börse, habe ich mein erstes Echtgeldkonto innerhalb von unglaublichen zwei Wochen komplett geschrottet. Definitiv kein schönes Gefühl, aber ein richtig, richtig gutes Learning, denn ich profitiere noch heute davon. Ich habe damals gelernt, dass Risikomanagement das A und O im Trading ist. Zwar auf die harte Tour, aber ich habe es gelernt. Schauen wir uns das Thema jetzt mal ein bisschen genauer an und beginnen vor allen Dingen mit der Frage, warum denn das Risikomanagement so entscheidend ist. Im Kern geht es beim Trading, wie du sicherlich schon weißt, nicht nur darum, Gewinne immer weiter zu maximieren, sondern es geht vor allem darum, Verluste zu minimieren. Und Risikomanagement ist der Prozess, durch den wir sicherstellen, dass unsere Verluste kontrolliert und unsere Trading-Strategie nachhaltig ist. Und für viele Trader besteht die Herausforderung darin, so eine gewisse Balance zwischen den zwei Seiten, Gier auf der einen und Vorsicht auf der anderen Seite zu finden. Denn beide Seiten haben auf jeden Fall ihre Tücken. Und als ich damals mein erstes Trading-Konto an die Wand gefahren habe, überwiegte definitiv die Gier. Und ja, wenn man ehrlich ist, war das Ganze noch gepaart mit Unwissenheit und Übermut. Und ja, die Kombination wurde mir letztlich zum Verhängnis, denn ich habe viel zu überhebelt und ohne richtiges strategisches Risikomanagement gehandelt, obwohl ich gleichzeitig, und das ist das Kuriose dabei, eine große Angst in mir hatte, mein Geld zu verlieren. Eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn man so will, und vor allen Dingen ein emotionaler Cocktail. Emotionen wie Angst und Gier sind nämlich oft die größten Feinde eines Traders. Sie können uns zum Beispiel zu behasteten Entscheidungen verleiten oder eben dazu führen, dass wir an Verlustpositionen sinnlos festhalten in der Hoffnung, dass diese sich umkehren. Ein effektives Risikomanagement erfordert emotionale Kontrolle, was bedeutet, dass du lernen musst, deine Emotionen zu erkennen, zu verstehen und sie zu steuern. Es geht nicht darum, sie zu unterdrücken, das sage ich immer wieder, weil dieses Unterdrücken wird safe schief gehen. Es geht eben darum, sie zu kontrollieren. Das ist entscheidend, um langfristig erfolgreich zu traden und gehört daher auch zu den zentralen Themen, die ich in meinem Coaching mit meinen Teilnehmern behandle. Stellt sich die Frage, welche Rolle spielen Emotionen denn überhaupt im Trading und wie wirkt sich das Ganze auf dein Handeln aus? Beim Trading spielen Emotionen wirklich eine riesige, ich will fast sagen enorme Rolle. Viele Trader erleben oft starke emotionale Schwankungen, die dann ihr Urteilsvermögen unglaublich stark beeinflussen, genauso wie mich halt auch damals. Und Gefühle wie Angst vor Verlusten oder auch die Gier nach immer mehr Gewinn können wirklich verheerende Auswirkungen auf die Trading-Strategie haben. Es ist essentiell, die Emotionen zu verstehen, die du in dir hast und zu lernen, wie du sie im Griff behältst. Denk dabei, wie gesagt, an das Beispiel, das ich dir eben gegeben habe. Es ist echt nicht witzig, eine Nachricht von deinem Broker zu bekommen mit dem Titel Margin Call. Eine der häufigsten emotionalen Fallen im Trading ist die sogenannte Verlust-Aversion, also die Angst, Verluste zu realisieren, die uns dann im Umkehrschluss dazu verleitet, negative Positionen einfach zu lange zu halten. Ein weiteres Beispiel für eben diese Emotionen ist auch Übermut, der nach einigen erfolgreichen Trades auftreten kann und zu übermäßig riskanten Entscheidungen führt. Es ist super wichtig, dass du diese psychologischen Fallen bei dir lernst zu erkennen und Strategien entwickelst, um sie zu vermeiden. Das ist alles Teil des Risikomanagements im Trading und wird fast immer vernachlässigt, weil alle einfach immer nur auf ihre Zahlen glotzen. Aber im Grunde genommen sind wir Menschen und Menschen sind emotionale Wesen und wir handeln emotional. Deswegen sind die Emotionen so wichtig. Zahlen natürlich auch, aber mindestens zu 50% auch deine Emotionen. Der Aufbau einer starken Trader-Psychologie ist ein Prozess, der Zeit und Übung erfordert. Es geht darum, ein Bewusstsein für die eigenen emotionalen Muster zu entwickeln und Techniken zu erlernen, wie man in Drucksituationen richtig fokussiert und vor allen Dingen auch ruhig bleibt. Wir sprechen von Disziplin, Geduld und dem Aufbau eines resilienten Mindsets, das dann am Ende für langfristigen Erfolg im Trading unerlässlich ist. Und wie fast immer habe ich auch heute wieder konkrete Techniken für dich dabei, die dir helfen, im Rahmen des Risikomanagements deine Emotionen zu regulieren. Zunächst einmal, ja wie so oft würde ich fast sagen, der Klassiker. Ich habe es dir schon so oft mit auf den Weg gegeben und ich weiß, es ist ein bisschen lästig, aber es ist halt einfach super wichtig, nämlich das Trading Journal. Ein Trading Journal ist mehr als einfach nur eine Aufzeichnung deiner Trades. Es ist ein Werkzeug zur Selbstreflexion, das dir hilft, emotionale Muster und Auslöser zu identifizieren. Beispielsweise könntest du feststellen, dass Frustration nach Verlusten zu überhasteten Entscheidungen führt. Und das kann man wirklich sehr, sehr gut über einen Trading Journal tracken, aber man muss es natürlich regelmäßig führen. Dann gibt es, und du wirst es zu 100% kennen, Stop Loss Marken. Und Stop Loss Marken sind eben nicht nur für die Risikobegrenzung wichtig, sondern auch für deine emotionale Distanzierung. Also setze immer einen Stop bei deinen Trades. Sie ermöglichen es dir, deine Entscheidung zu treffen, wenn du ruhig und rational bist und halten dich davon ab, in Panik zu handeln. Wenn du deinen Stop gesetzt hast, dann sitzt der da, wo er ist. Und er wird nur noch zur Risikobegrenzung nachgezogen. Niemals weiter ins Risiko gezogen. Das ist eigentlich eine total einfache Regel, aber eben wenn die Emotionen dazu kommen, ist es gar nicht so einfach, das umzusetzen. Mit Übungen kriegt man das aber auf jeden Fall hin. Dann gibt es Achtsamkeitsübungen, wie zum Beispiel tiefe Atemtechniken oder Meditationen. Die können dir helfen, im Moment, wo du Stress hast, eben ruhig zu bleiben und auch diesen Stress abzubauen. Mentales Training einschließlich der Visualisierung von erfolgreichen Trades und der mentalen Vorbereitung auf mögliche Verluste stärkt deine psychologische Widerstandsfähigkeit. Solche Übungen erhöhen einfach dein Bewusstsein für innere Signale und ermöglichen es dir, emotionale Reaktionen zu steuern, bevor sie deine Trading-Entscheidungen beeinflussen. Und das ist das, was ich eingangs gemeint habe mit dieser emotionalen Kontrolle. Durch diese Techniken wird es dir gelingen, deine Emotionen so weit im Zaum zu halten, dass du eben weiterhin rationale und nicht emotionale Entscheidungen triffst. Und es geht halt nicht darum, deine Emotionen einfach zu 100% zu unterdrücken. Das wird niemals funktionieren. Aber mit diesen Techniken kannst du lernen, das zu regulieren, dass sie beherrschbar bleiben und dann kannst du auch weiter rationale Entscheidungen treffen. Und dann habe ich noch eine etwas ausgefallene Methode für dich. Und das ist tatsächlich Neurofeedback-Training. Sehr, sehr spannend. Diese nutzt nämlich Gehirnwellenmessungen, um dir ein besseres Verständnis und Kontrolle über deine kognitiven Zustände zu geben. Klar, nicht jeder hat so ein Messgerät jetzt zu Hause, aber es ist wirklich eine total spannende Technik, die dahinter steckt und man kann da schon relativ viel rauslesen. Das kann besonders hilfreich sein, um eben Stressreaktionen zu erkennen und zu minimieren. Man kann das Ganze auch mit biometrischen Feedback-Geräten, wie zum Beispiel einem Herzfrequenzmesser machen. Das kann ebenfalls nützlich sein, um physiologische Anzeichen von Stress oder Überregung zu erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Wir Trader, wir sind ja, wir sind einfach relativ auf Statistik fokussiert und auf unsere Zahlen fokussiert und da sind Emotionen schwer greifbar. Und jemand, der da Schwierigkeiten mit hat und irgendwas Konkretes in die Hand braucht, der kann tatsächlich mit so einer Pulsuhr oder mit einem Herzfrequenzmesser da rangehen und sich bestimmte Schwellenwerte setzen und wenn man sagt, okay, meine Herzfrequenz überschreitet den und den Frequenzwert, dann fange ich an, meine Techniken einzusetzen oder mache eine Pause oder was auch immer dann die Regulationsmechaniken dahinter sind. Langfristiger Erfolg im Trading erfordert auf jeden Fall kontinuierliche Bildung und Anpassung. Das regelmäßige Lesen von Fachliteratur, der Austausch in Tradingforen und auch die Teilnahme an professionellen Coachings können dabei helfen. Deine Aktivitäten ermöglichen es dir, neue Perspektiven zu gewinnen, deine Strategien zu verfeinern und dich an diese ständigen, ändernden Marktbedingungen anzupassen. Sie helfen dir auch, ein unterstützendes Netzwerk aufzubauen, was dann wiederum deine psychologische Widerstandsfähigkeit weiter verbessert und letztlich dann auch entscheidend verbessern kann. Und jetzt würde ich sagen, fassen wir nochmal das Wichtigste aus diesem Beitrag zusammen. Wir haben uns heute angeschaut, wie entscheidend emotionale Kontrolle im Trading für effektives Risikomanagement ist. Wir haben grundlegende und fortgeschrittene Techniken zur emotionalen Kontrolle besprochen, von Trading-Tagebüchern über Achtsamkeitsübungen bis hin zu innovativen Ansätzen wie Neurofeedback. Außerdem habe ich dir praktische Tipps und Strategien für die Anwendung im echten Trading-Leben vorgestellt, einschließlich des Aufbaus eines unterstützenden Netzwerkes und der Bedeutung der kontinuierlichen Selbstverbesserung. Denk dran, Trading ist ein Marathon, kein Sprint. Emotionale Kontrolle und Risikomanagement sind Schlüssel zum langfristigen Erfolg. Und wenn ihr jetzt Lust hast, einen ersten oder vielleicht ja auch schon weiteren Schritt in Richtung profitables Trading-Mindset zu gehen, findest du auf meiner Website mindset-trader.de ein qualitativ sehr hochwertigen Free-Content in Form der kostenfreien 5-Tage-Trading-Mindset-Challenge. Die Challenge hilft dir, deine ersten Hürden erfolgreich zu meistern und du kannst mich über die Website natürlich auch direkt kontaktieren, wenn du dich mit mir über die Themen Trading-Psychologie und Trading-Mindset austauschen möchtest und dir Begleitung auf diesem Weg wünscht. Und jetzt wünsche ich dir, wie immer, eine entspannte Handelswoche, eine schöne Vorweihnachtszeit und Trade Your Mindset!